Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Crusader Kings 3, einer neuen Mod-Vorstellung. Und heute schauen wir uns etwas an, was vor allem die Experimentierfreudigen unter uns sehr gefallen dürfte. Und zwar eine Mod, welche es uns ermöglicht, viele andere verschiedene Start-Szenarien und Einstellungen zu ermöglichen. Wie immer, wenn euch die Mod gefällt, dürft ihr ganz gerne natürlich auch in die Videobeschreibung gucken, da findet ihr den Link dazu. Und natürlich dürft ihr auch gerne bewerten und für mehr auch gerne abonnieren. Jetzt wünsche ich euch aber viel Spaß mit der Mod und dem Video. Wenn ihr die Mod installiert habt, geht ihr quasi ganz normal in die Zeitepoche, die ihr haben wollt oder wählt euch quasi einen anderen Herrscher aus und geht dann auf die Spielparameter. Die Mod funktioniert übrigens auch auf Deutsch, das ist schon mal relativ wichtig. Und dann haben wir, wie ihr das bestimmt auch gleich schon merkt, viele, viele weitere neue Optionen. Es gibt viel mehr Möglichkeiten, was man hier alles einstellen kann und das ist wirklich gigantisch. Ich gehe mal auf ein paar der wichtigsten Sachen ein. Zum Beispiel kann man einstellen, wie viele heilige Städte eine Kultur halten muss, eine heidnische Reformation, also quasi einen Glauben, der noch nicht reformiert ist, um dann den Glauben zu reformieren. Kann man zum Beispiel einstellen, dass es nur einer ist oder zum Beispiel, dass man keine einzige braucht, dass man jederzeit quasi seinen Glauben reformieren könnte. Ist sicherlich ganz interessant, wenn man einfach mal ein bisschen ausprobieren möchte und nicht unbedingt darin gebunden sein möchte, dann gleich immer drei heilige Städte halten zu müssen. Dann gibt es eine Möglichkeit, was auch immer relativ praktisch ist, weil es so jetzt aktuell natürlich nicht geht. Und zwar könnt ihr als Charakter, wenn ich das finde, wo war es denn schon wieder? Na hier. Und zwar externe Vasallenkriege. Da könnt ihr zum Beispiel einstellen, dass alle, also dass hier nur der Spieler in dem Fall, Krieg auch als Vasall erklären kann. Also normalerweise, wenn ihr selber Vasall seid, könnt ihr nicht einem anderen Reich den Krieg erklären. Das geht jetzt allerdings hier mit dieser Einstellung. Das heißt, ihr könnt dann quasi auch als Vasall jemand anderen den Krieg erklären. Und dann könnt ihr es aber auch noch deaktivieren, dass man sagt, okay, Vasallen können überhaupt keine Kriege erklären. Und externe Vasallenkriege ist hier standardmäßig eben so eingestellt, dass Vasallen externe Kriege erklären können, solange die Lehnsautorität nicht auf der höchsten Stufe ist. Na, ist jetzt sicherlich nicht so dramatisch am Anfang des Spiels, aber so im Laufe des Spiels relativ praktisch. Weil wenn man die höchste Stufe hat, kann ja quasi der Lehnsherr das unterbieten, dass man Kriege führt. Und das kann man quasi hiermit wieder umgehen, mit dieser Einstellung. Wenn ihr möglichst schnell Krieg führen wollt, übrigens auch Eroberungskriege, Abklingzeit ist ja sehr praktisch. Da kannst du zum Beispiel einstellen, wie lange die Abklingzeit denn ist, wie man warten muss auf die Eroberungskriege. Und da kann man hier zum Beispiel einstellen, dass Herrscher nicht zwischen Eroberungskriegen warten müssen. Man kann es aber auch erhöhen auf drei Jahre, fünf Jahre, zehn Jahre, zwanzig Jahre, um wieder einen Eroberungskrieg ausführen zu können. Wichtig dabei ist quasi, dass damit ist quasi gemeint, wenn ihr jemanden den Krieg erklärt, könnt ihr nicht nochmal jemanden den Krieg erklären, um jemanden zu obern für drei Jahre oder so weiter. Das ist relativ praktisch, wenn man quasi nicht möchte, dass eine KI-Nation innerhalb kürzester Zeit alle anderen überrennt. Wenn man zum Beispiel etwas entspannter spielen möchte, vielleicht sogar nur vasalisieren möchte, etc., etc. Dann kann man einstellen, wenn man eine eigene Religion gründet und man wählt sich selber als Glaubensoberhaupt aus, kann man zum Beispiel einstellen, wie viele heilige Städte man braucht, um dann auch wirklich das Oberhaupt zu werden. Da kann man zum Beispiel einstellen, dass man gar keine heiligen Städte braucht oder halt eine, standardmäßig sind es glaube ich eh zwei, oder eine, um ein spirituelles Religionsüberhaupt zu werden, temporäre benötigen zwei. Könnt ihr natürlich auch noch auf mehr machen, auf alle quasi, alle fünf oder halt ihr sagt, nö, ich möchte gar keine haben, ich möchte jederzeit einfach sofort spirituelles Oberhaupt werden, wenn ich meine eigene Religion gegründet habe. Kann man übrigens auch deaktivieren, dass man seine eigene Glaubensausrichtung erstellt. Ich weiß noch nicht genau, was diese Option hier zu suchen hat, aber okay, warum auch nicht. Und dann wahrscheinlich die Sachen, die die meisten freuen dürften. Ich bin mir noch nicht mal zu 100% sicher, tatsächlich. Aber normalerweise müsste das von der Mod kommen. Und zwar kann man hier einstellen, ja, Domain-Limit wird um 10.000 erhöht, muss ich nichts weiter dazu sagen. War sein Limit um 1.000 erhöht, das ist allerdings alles nur für den Spielern, das sind hier Spieler-Only-Sachen. Dann Ritter-Limit, auch hier wieder um 100 erhöht. Hier steht beeinflusst die KI nicht, Moment. Ei, dann müsst ihr auch einstellen, dass das die KI nicht beeinflusst, sorry, mein Fehler. Dann natürlich auch das Kriegsvolk-Limit. Könnt ihr dann wieder einstellen, nur für Spieler oder für euch selber und Kriegsvölker genau das gleiche. Sehr hoch nur für Spieler oder dann halt extrem. Das ist halt, klar, muss man nicht drüber diskutieren. Das ist natürlich ganz klar, sich selber Vorteile schaffen. Ihr könntet das natürlich fairerweise auch für die KI machen, aber das ist nicht ganz so dramatisch. Aber ich sag mal so, wenn ihr zum Beispiel sagt, ich möchte nicht meine Domain immer abgeben. Ihr wollt euch aber auch nicht einen starken Charakter cheaten, weil ihr trotzdem halt auch immer mit neuen Charakteren spielen möchtet. Dann könntet ihr euch rein theoretisch das Limit halt setzen, wie ihr das haben möchtet. Könntet ihr es übrigens auch reduzieren. Geht dann auch für alle, natürlich auch für die KI-Nationen. Quasi genau das Gegenteil könnte man da machen. Oder ihr sagt einfach, okay, ich möchte einfach, dass das Domain mit 4 erhöht wird, um das Ganze etwas entspannter nochmal zu machen. Geht natürlich mit Rittern auch. Zwei mehr Ritter, zwei mehr Kriegsvölker und so weiter und so fort. Also da gibt es einige Möglichkeiten, um euch das Leben etwas einfacher nochmal zu gestalten. Für heilige Kriege kann man das Ganze übrigens auch einstellen. Und zwar, wie lange man zwischen heiligen Kriegen warten muss. Also quasi genau das Gegenteil von den Eroberungskriegen sind ja die heiligen Kriege. Wo man zwar quasi gegen andere Nationen Krieg führen kann mit dem Religionskriegsgrund. Da kann man auch hier wieder die Abklingzeit rein theoretisch einstellen, wenn man das haben möchte. Dann haben wir die KI-Intrigen. Dann kann man das Ganze nämlich zum Beispiel reduzieren, dass die KI weniger Intrigen schmiedet. Also generell natürlich auch gegen den Spieler. Man kann das einschränken. Oder man kann zum Beispiel sagen, man möchte, dass nur der Spieler Intrigen machen kann. Also die KI kann hier quasi keine Intrigen machen. Wenn ihr zum Beispiel sagt, nee, das möchten wir nicht. Das Gleiche könnte man mit Verführung auch machen. Dann könnte man zum Beispiel noch einstellen, dass wir alles spielen können. Das ist aktuell noch nicht ganz funktionabel. Also es kann funktionieren. Es kann auch sein, dass es nicht funktioniert. Dann kann man zum Beispiel auch Theokratische Reiche spielen und eben Republiken. Das Problem ist natürlich dabei, dass das Spiel eigentlich das nicht vorsieht, dass man das spielen kann. Da versucht man mit Workarounds zu arbeiten. Das kann funktionieren, das kann nicht funktionieren. Es ändert dann nichts Großes im Spiel. Das ist einfach nur eine andere Nation, die man da spielt. Da muss man noch auf DLCs warten, bis man das so richtig spielen kann. Aber theoretisch wäre es hiermit möglich. Vielleicht gibt es nochmal von der Mod irgendwann was, dass sie dann quasi sagen, wir machen unser eigenes Ding. Deswegen kann man die Aggressivität der KI einstellen. Das heißt zum Beispiel, die KI zielt viel häufiger in den Krieg und wartet zwischen den Kriegen viel weniger, um dann wirklich das maximale Chaos herauszuführen. Oder halt, nee, extrem ist das maximale Chaos wahrscheinlich, ja. Oder die KI wird niemals einen heiligen Krieg erklären. Warum auch immer da jetzt heiliger Krieg steht, wenn da einfach nur KI-Aggressivität ist. Aber okay, ihr wisst, was gemeint ist damit. Dann haben wir die Regierungsform und Besitztümer. Das schauen wir uns gleich mal an. Und zwar haben wir die Möglichkeit, das Ganze historisch zu belassen. Wir können es aber auch zufällig machen. Alle unabhängigen Herrscher beginnen zufällig als Stammes- oder Feudal, klar, nicht Baron wahr sein. Sie haben in der Regel den gleichen Regierungstyp wie ihr Lebensherr, Siedlungen werden, bla bla bla. So, pass auf, das machen wir jetzt auch gleich mal. Das habe ich jetzt hier eingestellt auf Zufall. Und dann schauen wir uns das Ganze mal auf der Karte an. So sieht das dann aus. Ich finde das ungeheuer cool tatsächlich. Denn das randomize das Ganze nochmal. Und ihr seht, wir haben hier lauter Stämme. Wir haben in Europa komplett Stämme. Wir haben hier ein paar Feudalereiche drin. Die Clans sind eigentlich noch so Großteils da, wo sie sonst auch immer sind. Aber das ist eben schon der erste Punkt, dieses Spielgefühl nochmal komplett zu randomizen. Komplett neue Spielverläufe zu erlangen. Ich meine, gut, man kann natürlich keine Achievements erlangen. Aber wen juckt es denn am Ende des Tages, dass man keine Achievements bekommt. Finde ich relativ cool. Und vor allem gibt es da noch eine Option, die ich euch jetzt gleich zeige. Da könnte das nochmal richtig auf die Spitze treiben. Jetzt kann man nämlich noch einstellen, zufällige Platzierung von Herrschern. Das ist standardmäßig aus. Das können wir aber aktivieren. Und wenn wir das aktivieren, zusammen mit, wo ist es denn gleich wieder? Ne, zersplitterte Reiche. Kann man übrigens auch nochmal machen. Jeder Herrscher ist ein unabhängiger Graf. Und dann machen wir eben noch das andere. Regierungsfirma und Besitztümer machen wir auf. Übrigens kann man das auch woanders einstellen. Alle Feudal, alle Stamm. Clans gibt es interessanterweise nicht. Aber das machen wir jetzt mal auf Zufall. Und dann gehen wir mal auf zersplitterte Reiche. Grafschaften. Könnte man auch auf Herzogtümer oder Königreiche einstellen. Oder Kaiserreiche. Wir machen jetzt hier einfach mal Grafschaften. und wir haben das andere noch aktiviert. Und zwar dieser Splitterte Reiche zerstört landlose Titel. Wobei das egal ist eigentlich. Das lassen wir mal an. So, und jetzt generieren wir die Karte nochmal auf ein Neues. Und das dürfte jetzt relativ lustig werden. Denn das ist eigentlich auch der Punkt, der Mod, die mir eigentlich relativ gut gefällt. Mein Ausland natürlich von diesen vielen Einstellungsmöglichkeiten, die es gibt, die sich auch bestimmt noch erweitern werden in den nächsten Tagen, Wochen und Monaten. Das ist ein relativ frühe Mod natürlich auch wieder. Und da wird es bestimmt nochmal ein paar neue Sachen geben. Aber, ich bin da jetzt schon relativ hyped, was da noch so kommt. Und, ja. Hört euch bitte an. Wie geil ist das denn bitte? Das Ganze sind jetzt natürlich alles Grafschaften, ne? Das sind hier alles einzelne Grafschaften. Alles einzelne Grafen. Jeder hat eine eigene Familie, einen eigenen Stammbaum, eigene Kinder. Das ist alles random generated. Der hat auch seine eigenen. Dann er hier. Gut, er hat keine Familie. Aber, alles in allem ist das komplett random generated, wer da was hat oder auch nicht. Auch wenn die aktuell alle keine Familie haben, interessanterweise. Warum macht ihr denn sowas? Aha. Naja, gut. Werden natürlich sich einfach neue Partner suchen, werden natürlich heiraten, werden ihre eigenen Familien gründen. Scheinbar sind nur unsere Charaktere komplett generiert worden. Na gut, er hat schon mal Kinder jetzt. Naja. Wird sich dann natürlich nach und nach noch geben. Könnte man auch genau gleich machen, mit natürlich Herzogtümern. Dann hat man quasi alle als Herzogtümer. Dann hätten wir Königreichtitel. Alle starten als Königreiche. Und wir hätten dann noch Großreichtitel. Alle starten als Großreiche. Kann man alles damit einstellen, mit der Mod. Finde ich mega geil. Gefällt mir ungeheuer. Und es gibt noch ein, zwei Sachen, die schalte ich jetzt auch nochmal ganz kurz, die ich auch nochmal mit ganz cool finde. Ist natürlich davon abgesehen, dass ich das eigentlich generell ungeheuer cool finde. Also meine zufällige Platzierung von Herrschern. Wenn ihr das Ganze anschmeißt, könnte man auch noch machen. Das ist allerdings eher irrelevant. Denn Herrscher werden zufällig auf der Karte verteilt. Die Reiche sind ungefähr die gleichen, aber die Titel werden von anderen Herrschern gehalten. Das heißt quasi, die Karte bleibt gleich, aber die Herrscher sind halt anders. Also ja. Wen juckt's? Also ganz ehrlich mich nicht. Kann man übrigens auch noch einstellen, zufälliger Glaube, dass man quasi sagt, okay, alle erhalten den zufälligen Glauben. Alle Glauben sind im Spiel verfügbar. Das wäre der totale Clusterfuck. Muss ich dann einfach auch mal dazu sagen. Jedenfalls könnten wir hierbei zersplitterte Reiche eben auch noch Kaiserreiche einstellen. Und dann halt eben mit dem anderen Regierungsformenbesitzstümer auf Zufall. Habe ich gerade gar nicht geschaut, ne. Machen wir jetzt einfach mal Herzogstümer, dass sie alles quasi Herzogstümer sind. Und die KI-Aggressivität könnten wir jetzt auf extrem stellen. Da wird's quasi durchgehend nur noch Kriege geben. Und die externen Versaillenkriege machen wir auf Standard wieder. Dass sie auch brav weiterhin Krieg führen dürfen untereinander. Der Rest passt eigentlich soweit. Na ja, passt dann. Jumpen wir nochmal ins Spiel rein. Nehmen wir 867 diesmal. Müsste noch bleiben, ne. Oder hat er die Einstellungen wieder zurückgesetzt? Das weiß ich tatsächlich gar nicht. Ne, das passt. Das ist leicht geblieben. Und dann jumpen wir jetzt einfach mal random als irgendein Herrscher rein. Dann haben wir jetzt gleich alles Herzogstümer. Und die maximale KI-Aggressivität. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich hätte mal Bock auf so eine, so eine Kampagne mit sowas, muss ich gestehen. Können wir sagen, wie ihr das, was ihr davon halten würdet, oder wie ihr das finden würdet. Glaubenstechnisch hat sich jetzt hier nichts geändert. Kulturtechnisch auch nicht. Aber, wenn wir jetzt natürlich mal auf Regierungen schauen, seht ihr schon, das ist wieder alles random ausgewürfelt. Wobei die Clans jetzt hier mehr oder weniger auch noch im gleichen Bereich sind. Aber die Stämme und die feudalen Reiche, die sind komplett random ausgewürfelt. Was halt wirklich das Ganze auch interessant macht. Man hat jetzt quasi Deutschland als Plünderreich. Und wir starten jetzt hier quasi, ich weiß gar nicht, wo wir starten. Wo sind wir denn eigentlich zu Hause? Wo sind wir denn? Wo sind unser Häuptling so da? Oh Gott, wir sind, wir sind Barcelona. Nee. Ja, warte mal. Wollte wir uns jetzt, nee, jetzt sind wir da, okay. Ich hab falsch geschaut. Hier unten sind wir die Jedisen. Am schwarzen Meer. Ja, relativ cool. Also ich finde die Mod unglaublich schön. Man kann halt vieles einstellen, man kann vieles machen. Es gibt viele Möglichkeiten, das Spiel zu erleben, das Spiel zu führen. Und ich bin mir auch sicher, ich werde irgendwann mal was dazu machen, gameplaytechnisch. Aber ich hab aktuell viele andere Sachen geplant für CK3. Viele andere Spiele. Und wir haben eine Entscheidung verfügbar, die durch Querung der Karpaten vorbereiten. Warum starten wir mit 1900 Prestige? Das ist von mir abgesehen. Relativ interessant. Nach Pannonien war dann Kriegsgrund. Würde sich auch mal anbieten. Naja, das war's eigentlich mit der Mod. Ist eine unglaublich coole Sache. Kann so viel einstellen, man kann so viel machen. Wie gesagt, man kann alles auf Herzogtümer setzen, man kann alles random rumwürfeln lassen. Ich bin mir sicher, die Mod wird auch noch schön weiter erweitert. Und, natürlich, sie ist auch auf Deutsch verfügbar. Das ist natürlich auch eine Sache, die mir viel gefallen dürfte. Und, dann war's das auch von mir. Wie immer, wenn ihr noch weitere Mods habt. Und, Moment, man kann auch das Glaubens- und das Kulturbekehrungstempo ändern. Und, zwar auf, sehr viel schneller nur für Spieler, auch für beide. Die Geschwindigkeit wird erheblich erhöht. Die Konvertierung nimmt nur ungefähr ein Viertel der Zeit in Anspruch. Also, nur für den Spieler. Ist sicherlich auch nochmal relativ praktisch, natürlich, für alle, die das gerne möchten, dass ihre Kulturen und ihr Glauben immer der gleiche sind. Dass ihr quasi, ich das kurz mal zeige, was ich damit jetzt meine. Wenn jetzt zum Beispiel, oh Gott, jetzt wird wieder alles random generiert, oder? Ne, wird's nicht. Okay, alles gut. Und zwar, wenn ihr hergeht und erobert, neue Gebiete, die nicht eure Religion sind oder die eine andere Kultur haben, kann man das ja quasi ändern. Doch, es wurde wieder random generiert. Egal. Ich dachte, ich hatte das ausgestellt. Jedenfalls, wenn wir kurz gucken, ob wir hier den Fall haben, ich glaube aber nicht. Das ist alles korrekt. Kulturtechnisch leider auch alles korrekt. Jedenfalls, wenn wir zum Beispiel hier was erobern würden, dann würden wir quasi hergehen, würden dann Gemeinde bekehren oder dann halt eben mit unserem Ratsmarschall, glaube ich, ne, doch, ne, nicht er hat, ne, er ist das. Mit dem Ratsverwalter würden wir die Kultur fördern, damit die quasi unsere Kultur annehmen und es dauert halt teilweise acht bis zwölf Jahre, je nachdem, wie viel Bildungswert man hat, wie gut die Charaktere sind und so weiter und so fort. Und das kann man halt quasi deutlich damit senken. Ist eine relativ coole Sache, muss ich gestehen. Bietet sich halt auch für mich an, als jemand, der eigentlich auch immer gerne sein Reich komplett eingliedert. Ja, ist relativ interessant, wie man mit so einer kleinen Mod eigentlich, die nur ein paar neue Optionen hinzufügt oder ein paar neue Einstellungsmöglichkeiten gibt, auch schon wieder wirklich so viel Zeit verbringen kann. Und die Mod kommt auch relativ gut an. Ich weiß, es gibt jetzt dann wieder einige Kobolde, die meinen dann, oh, die Mod ist doch voll langweilig, damit kann man das Spiel noch einfacher machen, als es eh schon ist. Ja, aber das sehen ein paar Zehntausend anderes. Die Mod hat 5 von 5 Sternen. Die ist sehr gut bewertet. Die ist auch schon tausende Male runtergeladen worden und zwar 25.000 Mal bereits auf Steam. Natürlich nicht mit eingerechnet die Paradox-Seite, wo das Ganze natürlich auch noch runterzuladen ist. Das Ganze ist übersetzt in sechs verschiedene Sprachen in der Zwischenzeit. Also das ist schon eine größere Mod. Und ich wünsche euch mit der Mod viel Spaß. Wenn ihr noch weitere Mods kennt, die ich mal zeigen sollte, dann hören mal gerne ab damit in die Kommentare. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.